Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Hans. Da sich viele auch nochmal gefragt haben, ob ich das Herbstlied von Hans Eckart Wenzel auch nochmal auf der akustischen Gitarre aufnehmen kann, da mache ich das jetzt. Ich hoffe es gefällt euch. 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 Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich hoffe viel Spaß noch. Tschüss.